So, alles alle, herzlich willkommen an Bord, fangen wir mal ganz langsam an, schauen wir mal ein hier. Jetzt wird echt viel gemacht. Ich glaube, wir hätten nichts zum eigenen gehört, ne? Alle sagen wir den Zeitigen tun, ich denk das Ding auch! Jetzt gehen wir rein! Schaut euch mal richtig durch! Füße, 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 füße Entspannst du. Ich stehe aber auf euch, was Andere macht da. Ich Saß, side, meatpipe. Füße, füße, Füße. So, kurzer Zwischenstopp, wir gucken uns das Ganze mal von oben an hier. Aber ich würde sagen, wir drehen das schönste Mal andersrum, es geht rückwärts, Leute. Rekwärts, 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 Rekwärts. Rekwärts, 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 Rekwärts. Alle sagen, dass Sie da mal aufkucken, was hier so drinstehen. Abkommen, 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 Abkommen. So, es ist soweit, wir spielen das Mech am spielen. So, ich erkläre euch das Becherspiel. Jeder von euch bekommt nur einen Becher, der ist mit Wasser gefüllt. Den Becher müsst ihr mit den Zähnen festhalten. Ich fahre euch im Kreis und am Ende des Becherspiels haben alles Wasser in seinem Becher. Der gewinnt eine Freifahrt. Kommt von dir dann wieder fort im Aparpuff. Danke Gott, dass ich es trotzdem geschafft habe. Wir wollen immer einen mehr. Wir stellen bei JimFM. Auf Festivals mit deiner Schaffung durch die Menge renn. So, alles, alle, immer noch mal los. Das ist kein frischer Wind. Wie gesagt, den Becher bitte nur mit den Zähnen festhalten. Die Hände nicht zu Hilfe nehmen. Warum machst du das nicht? An die beraten Damen und Herren, den Becher bitte nicht ganz in den Mund stecken, ja? Genau, schau doch mal das ganze Ding noch mal ein bisschen hoch hier. Wie gesagt, den Becher bitte nicht ganz in den Mund stecken, ja? Wie gesagt, den Becher bitte nicht ganz in der Fußball Mallen, wie gesagt, den Becher bitte nicht ganz in den Mund stecken, ja? Okay, das steht auch echt in dieolesder. Das делает So getausuf, also machen es leicht und foten nicht ganz in den Mund stecken. Wie gesagt, deine güçend ist er位? Von der K Hafen. Wie gesagt, was Vou maintains den Moment? Es muss man garieren. Wie gesagt, dass wir euch consortieren? Kommt nicht, oder? So, ich will sagen, wir drehen das Ding noch mal andersrum und dann gucken wir mal deine Mutter an. Ja, du nicht. Alles hart! Setz mal noch einmal! Alles hart, alle meine Becker nach vorne. Das Ding gewinnt das Becker! Herzlichen Glückwunsch, Junge Name! So, wir drehen das Ding noch einmal auf! Letzte Runde, Leute! Für die Firma! Für die Firma! Für die Firma! Für die Firma! Alles klar, komm her, machen wir noch einen, hören wir noch einen, geht noch hier, machen wir noch einen. Wunder, wunder, wunder. Wunder, wunder, wunder. So, wie ist denn alles heute, wollt ihr noch eine Runde? Ich kann jetzt hören, ein bisschen mehr hören, wollt ihr noch eine Runde? Und wenn alle sahen, dann alle nur die Arme und die Beine nach oben, die Arme und die Beine nach oben. Ready, 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 ready. Runde, 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 Runde. Runde, 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 Runde. Runde, Runde, Runde. Wża, wollen wir noch eine Zugabe? Ja! Ja komm her, wir üben das noch einmal. W frostb около mir mehr Lebensquees! Einer geht noch! Einer geht noch! Einer geht noch! Einer geht noch! Alles klar, wir machen noch zwei! JETA! 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 Können wir noch einen geben? Dann müsst ihr raus hier! JETA! 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 Wollt ihr noch eine Runde? JETA! Wollt ihr noch eine? JETA! Dann müsst ihr euch noch ein Ticket holen! Links geht's raus hier!